Jan Hegenberg ist powered by Atari and Levicom, World of Exciting Computer Components. Voller Röntgenblick und Headshot-Style, war auch mir klar, dass ich an diesem Tage nix mehr peil. Konsole auf und Exit rein, das sollte es wohl für diesen Abend sein. Hey, Cheetah an die Wand, wir haben euch längst erkannt. Jetzt wird auf euch gezielt, jetzt wird nicht mehr gespielt. Cheetah an die Wand, wir haben euch längst gebannt. Jetzt ist aus die Maus, wir schmeißen euch jetzt raus. Wir gehen die Poser auf den Sack, mit ihrem Wall-Hack, Speed und dem Wodkack. Ihr seid sogar noch schlimmer, als die Camper und die Flamer. Denn ihr seid nur abgefuckte Cheetah-Lehmer. Hey, Cheetah an die Wand, wir haben euch längst erkannt. Jetzt wird auf euch gezielt, wir werden nicht mehr gespielt. Cheetah an die Wand, wir haben euch längst gebannt. Haus ist die Maus, wir schmeißen euch jetzt raus. Zwar, das ist die Maus, wir sehen uns noch. Und ich kann euch jetzt raus. Mit Zitronengeschmack, steht auf meinem Tisch. Trenn die Eistee, mit Zitronengeschmack, macht mich immer frisch. Sag mir, wo kann ich dich kaufen? Ich möchte dich doch so gerne saufen. Trenn die Eistee, holst du mein absolutes Lieblingsgetränk. Trenn die Eistee, sag mir, bist du ein Göttergeschenk. Du süße Nektar aus dem Tetra Pak, bewusst versetzt mit aromatischem Zitronengeschmack. Kaffeinhaltig und mit schwarzem Extrakt, bist du für mich der größte Hit. Diesen Bewusstseins verändernden Stoffen, nehme ich dich über allen mit. Sag mir, wo kann ich dich kaufen? Ich möchte dich doch so gerne saufen.